Komm schon, hab dich nicht so. Komm, es hat fast geklappt. Du hast dich gut geschlagen, Kumpel. Vielleicht sollte ich mal zur Abwechslung mein Rufsymbol kurz einmal hinlegen. Mal sehen, ob mich jemand beschwört. Immerhin bin ich ein schöner Sonnenritter. Na gut, entferne ich mich mal wieder. Warte mal noch ein paar Sekunden, ob sich Seisuke nochmal meldet hier. Wie gesagt, die Aufnahmesession wird lustig. Wir sind immer noch beim Fume Knight. Und ja, das ist wirklich der härteste Boss im Spiel, meiner Meinung nach. Es gibt in dem nächsten DLC, was wir angehen, auch noch einen harten Boss. Allerdings finde ich den bei weitem nicht so schlimm wie diesen hier jetzt. Also nochmal mit Ellie Stahlherz versuchen. Würde sich Ellie wenigstens heilen, das wäre, ja, das wäre ein Vorteil gewesen. Aber nein, tut sie ja nicht. Körbelien brauchen wir nicht. Körbelien brauchen wir nicht. So. So. Okay, da haben wir schon mal unseren ersten abgekriegt. Unseren zweiten abgekriegt. Ja, und Ellie flockiert den Weg. Und au. So. Das war unnötig. Das war schlecht getypt. Also, ich glaube, ohne Ellie bin ich besser dran. Vor allem, nachdem ich weiß, wie ich dem ausweichen muss. Wow. Ja. Und da ist sie weg. So, das hätte ich nicht aufbrauchen sollen. Und da habe ich zu früh gerollt. Ich glaube nicht, dass ich das hier wieder schaffe. Oh, jetzt macht er schon wieder das. Und tot. Mit der Backhand in den Abgrund. Und. Hm. Wieder kein Seisucke. Wieder nur Ellie Stahlherz. Hm. Na komm, probieren wir es noch einmal mit ihr. Oh, ein neuer. Der Haters. Egal. Egal, wie er heißt. Hauptsache, er hilft uns. Du siehst auf jeden Fall in dem, äh, Fahrraum-Outfit ganz cool aus. Oh, und weil da ein Sunbow ist, gelobt sei die Sonne. Oh, er hat das Ausdauer-Regeneration-Shit an. Das ist vielleicht gar nicht mal so dumm von ihm. Das war dumm von mir jedoch. Ja, das kannst du eine ganze Weile von mir aus so machen. Das nicht. Au. Mhm. Das habe ich jetzt nicht komisch sehen. Mit dem Typ alleine vielleicht. Wenn er sich gleich nochmal anbietet. Zu beschwören. Warten wir einfach mal kurz. Er muss ja aufgespawnen und erst sein Zeichen setzen. Ich glaube nämlich nicht, dass er nach einem Mal keinen Bock mehr hat. Wenn dann nach dem zweiten Mal vielleicht. Ich glaube, ich hatte damals sogar zwei Helfer, dass wir zu dritt den Fume Knight, äh, im Multiplayer-Platt machen mussten. Komm bitte, noch einmal. Ein letzter Versuch für heute. Komm schon. Zeig dich. Ja, wir kämpfen jetzt hier schon über eine Stunde am Fume Knight rum insgesamt. Die Aufnahme-Session geht ja schon wieder fast eine Stunde. Und wir haben ja das letzte Mal schon eine Viertelstunde gebraucht. Oh, sei so cool. Also tut er mir leid, dafür, dass ich ihn immer wieder beschwöre. Jetzt müsste sich noch der andere wieder, wieder, äh, sein Rufsymbol setzen. Dann sind wir zu dritt. Dann hätten wir keine Probleme. Ja, er ist auch schon ganz verzweifelt wegen mir. Okay. Versuchen wir es noch einmal mit Sizerkut. Der hat ja jetzt die große Keule. Gehst du auf mich los? Ja. Tust du. So. Ja, vor dem Wegrollen ist immer gut. Au. Genau, kümmere dich mal um den anderen. Ja. Wow. Gut, das geht noch einigermaßen. Das wird jetzt böse Aua machen. Genau, wenn du ihn angreifst, finde ich das gut. Au. Oh. Wow, dass mich das nicht getroffen hat. Diesmal packen wir ihn aber, glaube ich. Oh, das konnte ich aber zum Glück blocken. Das auch. Hinter wem ist er her? Hinter mir. Oh, da konnte er zum Glück auch noch gut ausweichen. Gebe ihm den Rest. Oh. Oh. Geschafft. Und bedanken. Und Freude. Ja. 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 Zurück zum Leuchtfeuer. Alles andere ist mir jetzt egal erstmal. Wir haben den Fume Knight geschlagen. So. Nach Matsula, bitte. den Rest gucken wir uns beim nächsten Mal an. Ich bin jetzt erst einmal unten durch. Also, bis zum nächsten Mal, Leute. tierra, da geht es mir ab. Ich bin's. Ja. Nachschlagen.